Musik Ich würde Sie gerne mal fragen, wie viele Autos heute erwartet werden? Bei schönem Wetter hätte ich etwas über 120 erwartet. Unten im Motorsportclub waren 39 beim Meldeschluss, die gestartet sind. Hier sind einige schon von anderen Richtungen dazugekommen. Wir dürften zurzeit so bei 45, 50 liegen, inklusive Motorrädern und Cabrio. Da sind einige Mutige dabei. Wenn wir auf 60, 65 kommen, sind wir zufrieden. Okay, vielen Dank. Als Highhand-Produkt eine 2,6 Liter Sportlimousine, die auch dann für Rallyezwecke benutzt wurde. In dem Fahrzeug haben auch Rallygrößen erhebliche Silber abgeräumt. Und es war so der, der Sport Capri war so der... Zweite Serie, das habe ich jetzt von vorne nicht gesehen. In der ersten Serie waren ja hinten die Rückleuchten kleiner. Auch bei den kleineren Modellen, den RS, erkannte man dadurch, dass das geteilte doppelte Rückleuchten waren. So, hier ist ein Mercedes. Und zwar ist dieses das beste Sehendfahrzeug der Welt. Der W116 wurde damals so genannt und hat diesen Titel lange gehabt. Man hat sich damals sehr viel Mühe gegeben, wirklich die perfekte Reiselimousine zu bauen. Kann ich selber bestätigen. Ich habe so ein Fahrzeug selbst mal ein paar Jahre gefahren. Ich habe so ein Fahrzeug selbst mal ein paar Jahre gefahren.